hallo und herzlich willkommen zu einer runde world of warcraft ich bin hier bei ream auswahl und würfel jetzt auf welchen ream ich spiele mit den 8 würfeln eine 7 1 2 3 4 5 6 7 schauen wir mal das war ja das wo die noch nicht so weit sind jetzt nehme ich einen sechster würfel und würfel eine 4 1 2 3 4 jetzt muss ich den erstmal hochzocken ok ich sag mal ich zocke den schnell hoch und dann sehen wir uns gleich wieder in einer pvp ein bis der ende tschüss hallo und herzlich willkommen zu einer runde world of warcraft in wo bin ich hier fester silberschwingen so jetzt geht es endlich weiter ich habe den gerade auf level 10 gespielt da ist jetzt auch noch level 10 hat ungefähr eine halbe stunde gedauert ich habe herausgefunden dass ich den hier beim questen benutzen kann den chauffeur aber letztens ging der glaube ich in der runde nicht da musste ich die schildkröte benutzen und die bringt mir eigentlich auch nicht viel ach ich kann ja hier ges verschenken genau wo sind wir da handeln 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 ne man abbrechen gleich wird er den handeln handeln okay mit dem kann man nicht handeln 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 okay schauen wir mal ich glaube das ging nicht im pvp Geh nur mal die Schildkröte. Die ist aber schneller. Schon einer gestorben? Ich writee und writee und writee. Er will mein GS haben. Oh, laggy. Oh. It's easy. Ich bin bestimmt gleich schon tot. Versteck mich hier hinter. Bezieht man mich? Ne, ich bin getarrt. Ich muss doch jetzt nicht tot kommen. Dann mal schauen, ob ich jetzt belebt werden oder noch mal eine Runde warten muss. Was ist denn heute los hier? Oh. 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 Hmm. Untertitelung des ZDF, 2020 den Chaos Blitz absolviert den Chaos Blitz den Chaos Blitz den Chaos Blitz Ja, dann kommen wir anscheinend nicht mehr raus. Ach, schon wieder hier am Leggen, kann doch nicht sein, so schlimm wie heute war es noch nie. Und warum nur ich? Das finde ich voll unfair. Hallo? ich bin doch nicht mehr vom Friedhof weg Ich geh immer noch hier oben. So, ich bin anvisiert, ok. Okay. 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 Und die Trouille und Schurken von der Allianz machen auch nichts. Die stehen ja nur rum. Oh, die geben endlich mal eine Flagge ab. Oh, das haben wir doch nicht. Ach ja. So macht das Spiel keinen Spaß. Oh, das ist ja nur los. 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 Oh. aber nicht die runde gleich vorbei die haben mich gekillt so und schon wieder hier ach ich lass mich weg auch noch ach Mensch ach Mensch so 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 in die Schlage geklaut witzig ich muss sie gleich wiederholen nur schneller schneller 1 und go so 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 ich habe mich gerade gewundert bin ich größer geworden so ich war gar nicht so schlecht ich bin 20 mal gestorben ok aber dafür vierter stellen nice nice wir haben verloren so das war eine runde war kraft mit meinem aliex meister ich würde mich freuen wenn man nichts von dir dabei sein bis dann habe ich euch viel spaß und auf wiedersehen tschüss tschüss hier